Da-dam, da-dam, da-dam Herzlich Willkommen zurück bei Max Payne 3 in Folge 3 Auf der rechten Seite habe ich gerade gesehen, es fehlt uns anscheinend nur noch ein unbekannter Hinweis Wir haben einen von drei goldenen Teilen von irgendwelchen Waffen, ich weiß nicht was die goldenen Teile genau bringen Und wir werden mal weiterspielen würde ich sagen Stand da YouTube? Ne, wollte ich schon sagen Ich habe gerade eine kurze Pause gemacht Mal was gegessen, das wäre mal nötig Oh, oh, ganz viele Painkiller, das ist ja brillant Nein, ja, so Versteck dich, versteck dich doch, du Idiot, was machst du, das geht nicht, hallo Der hat nichts mehr gemacht hier So, das war jetzt ziemlich doof Erstmal das Radio im Hintergrund Nein, nein, oh, so weit brauchst du auch nicht rausrennen So, das hätten wir doch, glaube ich, oder? Haben wir hier irgendwas noch Hinweismäßiges? Hier die Wokpfanne, die sieht doch aus wie ein Hinweis Nicht Okay Zeitung Aha, immer noch nicht Oder muss ich jetzt erst? Ne, anscheinend war das nicht der Hinweis Boah, jetzt muss ich gleich wieder husten Ah, die Stonics essen sollen Muss ich noch mehr husten So, hier ist anscheinend nichts mehr außer ein bisschen Waffen Aber die interessieren mich jetzt recht wenig Para, komisso, pora Oh, den, 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 den Oh. Hm, geil. Für Muni habe ich eigentlich. Ups, nein, 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 nein. Achso, alles gut. So, ich glaube, jetzt sind sie alle so gut wie weg. Das ist gut, das ist sehr gut. Jetzt gucken wir uns nochmal hier um. Ich muss immer so lachen. Ich versuche, Huster zu unterdrücken. Und, äh, ach, die fressen. Ja, beeilen wir uns ein bisschen. Ähm, und ich dann husten muss und ich dabei rede, dann hört sich das immer so an, als ob ich irgendwie so halb am Kotzen bin oder sowas. Das finde ich lustig. Oh, guck mal, Toiletten. Hm, zu. Habe ich irgendwie mit gerechnet. Wow, Max, das hast du toll gemacht. Man kann auch echt nicht springen, ohne, äh, direkt den, die Bullet Time zu aktivieren. Das ist ein bisschen doof. Oh, was ist da? Ach, Waffe. Da, da, war nie aber langsam, ne? Da, 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 aber auch wieder doof, dass ich das nicht selber spielen muss. Oh, yeah. Oh, leck. Boah, das zittert voll. Hab ich sie? Ja, das sieht gut aus. Oh, fuck, 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 fuck. Boah, die hat aber nur Durchschlagkraft. Fuck, 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 fuck. Da oben kam noch was. Nein. Oh, fuck, da, oh, da muss ich aufpassen. So. Puh. Ist da noch was? Wo denn, wo denn, wo denn? Oh, fuck. Oh, nein, oh, nein, oh, nein. Nein. Oh, was? Den hab ich gar nicht gesehen. Wiederholen. Ach, jetzt wieder dieses scheiß Problem mit der Enter-Taste, die er nicht annimmt. Ich kann so viel drücken, wie ich will. Ich verstehe es nicht. Enter. Enter. Beide Enter-Tasten. Leertaste, Steuerung, Shift, L. Irgendwas anderes. Ich will jetzt nicht auf Beenden klicken. Ich will es ja wiederholen, wisst ihr. Das ist ja. Dafür ist doch die Enter-Taste da. Das ist doch das Enter-Zeichen. Oder bin ich blöd? Und ich drücke auf meine Enter-Taste. Und es funktioniert nicht. Warum kann man denn nicht hier die Maus benutzen? Das wäre doch auch mal nett. Guck mal, ich versuch's jetzt mal mit der Maus. Das klappt aber nicht. Nein. Gut, dann muss ich... Also... Nein, ich möchte nicht zurück zum Hauptmenü. Escape. Ich möchte wiederholen. Wiederholen. Ich... Es geht nicht. Mann, Spiel! Jo, gut. Dann... F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7. Ich verstehe es wirklich nicht. Shift, Steuerung, Alt, ABC. Ich kann... Das geht nicht. Ich verstehe es nicht, ganz ehrlich. Habe ich das umgelegt. Das kann ich mir nicht vorstellen. So. Ich drücke jetzt gerade jede Taste, die auf meiner... Die auf meiner Tastatur ist. Aber es geht nicht. Ich drücke wirklich Enter. Ich drücke auch beide Enter-Tasten. Ah, wisst ihr was? Ich glaube, das war... Ich habe da irgendwas in Erinnerung. Moment. Irgendwie... Steuerung, Enter, genau. Ich muss Steuerung... Oh, kein Ton mehr. Ne, nicht Sie, Bobbing, blöd. Stopp, Pause. Jetzt habe ich den Ton irgendwie ausgekriegt. Ich habe... Grandios hingekriegt. So. Jetzt soll es aber weitergehen, meine Damen und Herren. Es war ein kleiner Zwischenfall. Das hatte ich nämlich... Das hatte ich nämlich auch mit den Pain-Killern. Äh, die liegen normalerweise auf Tab. Und, äh, der hat meine Tab-Taste nicht angenommen. Ich konnte so viel Tab drücken, wie ich will. Brauche ich jetzt zwei auf einmal. So viel Tab drücken, wie ich will. Er hat meine Tab-Taste nicht angenommen. Und hier muss ich jetzt... Oh. Und hier muss ich jetzt tatsächlich, äh... Alt und Enter gleichzeitig drücken, damit er meine Enter-Taste annimmt. Ist der tot? Ach, jetzt kippt der erst um, süß. Oh, fuck, 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 fuck. Aber das ist doof, dass man immer eine andere... Ach, du Scheiße. So eine andere Kamera-Ansicht hat. Shit, komm, lad nach. So, jetzt aber, komm. Du da auch. Weil der lebt ja noch. So. Jetzt bin ich... Jetzt bin ich, äh... Jetzt bin ich, äh... Kaputt. Hat der, ist das in der Bazooka? Würde mich verarschen. Nein! Guck mal, ich krieg Auszeichnungen, wo ich gar nichts mache. Ja, klar, wie soll ich die denn treffen, hallo? Boah, nein! Tot. So, Steuerung Enter. Aha. Ich wollte schon sagen. Aber die hat ja doch gerade nicht geschossen gehabt, oder? Wieso tot? Wieso? Das verstehe ich nicht, Spiel. Gib mir etwas, womit ich arbeiten kann. So, soll es doch jetzt gewesen sein. Da ist ja immer noch einer. Ich glaub's ja nicht. So, den haben wir auch irgendwie so erledigt anscheinend. Profi, möchte man sagen. Boah, da wurden wir ins Knie getroffen. Das ist ja eklig. Uh. Toll. Jetzt bin ich zwar komplett geheilt, aber leider äh, hab ich auch null, gar keine Painkiller mehr. So. Das hätten wir. Kann ich hier... Oh, oh, naja. Ein bisschen Schaden haben wir gekriegt, aber... Hä? Hier kann ich rein? Profilkopter. Das wundert mich jetzt. Das hab ich jetzt irgendwie nicht mit gerechnet. Ach, deswegen. Damit hätten wir jetzt unsere, alle unsere Teile. Jedenfalls von der, von der Waffe, genau. Kriegen wir die jetzt irgendwie? Wartet mal. Die müssten wir jetzt eigentlich zusammen haben. Huch, was ist das denn? Ach, das sind unsere Auszeichnungen. Da, die haben wir jetzt. Alle Teile gesammelt. Naja, vielleicht kriegen wir... Ach da, guck mal. Tja, keine Ahnung, was mir das jetzt bringt. Werden wir vielleicht sehen, am Ende des Levels. Oh, das sieht nicht gut aus. Oh, wollte ich schon sagen. Na, hör auf mit der Zeit. So, eh. Rennen, rennen. Deckung. Ah, ah. Na, komm her. Den hab ich ganz gut erwischt. Warum gehen die denn gleichzeitig hoch, die Blöden, Männer? Oh, der ist aber dumm. Der ist aber dumm. So. Drei. Ich hoffe, die sind hier alle tot. Ja, der sieht ganz tot aus. So. Das hätten wir. Ja, und wie es weitergeht, sehen wir dann wohl in der nächsten Folge von Max Payne 3. Tschüss.